Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Mittag in die Runde. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Ihr seid alle gut in diesen Tag gestartet. Momentan traden wir bei ungefähr 20.100 US-Dollar. Wenig Veränderung. Also im Endeffekt, wir sind hier an unsere 20.400 US-Dollar-Marke gekommen. Die grüne Zone habe ich mittlerweile rausgenommen. Stellt euch die einfach vor oder auch das 0,5 auf Ibonacci Retracement Level. Darüber werden wir auf jeden Fall im heutigen Video sprechen. Ansonsten, wenn ihr Altcoil-Münsche habt, gerne noch unten in die Kommentare reinschreiben. Ich werde morgen früh nach dem Update-Video, werde ich dann direkt das Altcoin-Update-Video aufnehmen. Also dieses Ausführliche, was wahrscheinlich wieder eine halbe Stunde oder Stunde dauern wird. Wo wir alle Coins, die ihr mir bisher geschickt habt, einfach mal durchsprechen. Wo sind mögliche Nachkaufzonen, was steht kurzfristig an. Also gerne unten noch in die Kommentare reinschreiben. Ansonsten lasst dem Video ein Like da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und wenn ihr Bock habt, drückt auf die Glocke, dann werdet ihr benachrichtigt. So, ich würde sagen, wir starten jetzt trotzdem direkt durch. Ach, ne, eine kleine Sache noch heute Abend. Und 19 Uhr Livestream, wer Bock hat, gerne wieder vorbeigucken. Jetzt starten wir aber durch. Wie gesagt, 20.100 US-Dollar. Wir kämpfen hier momentan um den Manfli Pivot P, direkt hier bei den 20.000 US-Dollar-Markeln. Wir sind, wie gesagt, gestern kurz an die 20.400 US-Dollar kommen, bilden jetzt hier so ein kleines Doppeltop. RSI übergekauft momentan, kann man schon dazu sagen, auch wenn wir ein bisschen so nach unten korrigiert sind, Volumen. Jetzt nicht sonderlich viel. Trotzdem würde ich diese Zone jetzt nicht unterschätzen oder hier gleich short gehen. Das Problem an der ganzen Sache ist, wir sind jetzt hier schon mehrmals rejected worden. Umso öfter wir diese Zone antesten, desto schwächer wird diese Zone natürlich auch. Was natürlich auch die Chancen steigert, dass wir hier in diesen Bereich der 21.000 US-Dollar kommen. Warum 21.000 US-Dollar? Ihr seht, hier haben wir einerseits eine kleine Ineffizienz, die genau bei 21.100 US-Dollar liegt. Wäre die erste Schlüsselszene, wo ich sagen würde, okay, hier kann man sich einen kleinen Short überlegen. Plus, wir haben hier auch noch das Golden Pocket bei 21.000 bis ungefähr 21.200 US-Dollar. Also ihr seht, die Confluence, die hier dann wieder reinkommt, ist relativ groß. Deswegen hier wäre mögliche Short-Opportunity, die wir uns heute Abend im Livestream auch nochmal ein bisschen genauer angucken könnten. Deswegen ist einfach momentan so die Sache, dass ich hier keinen Short eingehe. Das Risiko ist mir jetzt einfach zu hoch, dass wir hier innerhalb ein paar Minuten, weil hier zwischen eigentlich nichts mehr ist, kriegen wir die 20.500 durch, haben wir keine Widerstände erst einmal bis ungefähr 21.000 US-Dollar. Das heißt, das Risk, wenn wir jetzt hier in einen Short reingehen, ist einfach viel, viel zu hoch. Und dann müsste man auch dazu überlegen, gehen wir jetzt hier rein, hätten wir einen Risk von 4 bis 5%. Und das ist eindeutig viel, viel zu hoch für einfach einen Short-Entry, den wir hier reingehen könnten. Risiko gehe ich nicht ein. Im Golden Pocket sieht die ganze Sache dann schon wieder etwas anders aus. Da könnten wir zumindest einen Rücksetzer, sag ich mal, in den Pivot kriegen. Ungefähr 1.000 Dollar Dump, bevor wir dann möglicherweise die 22.000 US-Dollar antesten, weil wir hier die nächste Ineffizienz haben. Das sind jetzt momentan die Level, die ich auf jeden Fall im Blick behalte, bis in einer Woche. Weil in einer Woche kommen die Inflationsdaten und ihr wisst, was beim letzten Mal passiert ist, da waren wir live. Da ist das Ding aber ordentlich nach unten gerutscht. Innerhalb von Sekunden oder Minuten sind wir hier 1.000, 2.000 US-Dollar gedumpt. Und sowas kann ich mir dann im Endeffekt auch wieder vorstellen. Dass wir jetzt einfach nochmal bis nächste Woche die 22k angreifen, dann kommen die Inflationsdaten und dann, dass wir einen erneuten Rücksetzer sehen. Kurzfristig kann ich mir aber einen potenziellen Long-Einstieg nochmal vorstellen. Sollten wir jetzt hier wirklich runterkommen in den Bereich der 19,4. Hier unten liegt eine kleine Demandzone plus das Golden Pocket, um dann wirklich die 21.000 US-Dollar anzugreifen. Das ist wie gesagt weiterhin das erste Zwischenziel. Was man dazu noch sagen kann, dafür gehen wir mal ganz kurz in einen 1-Stunden-Chart. Ich hoffe, man sieht es. Ich zoome jetzt ein bisschen ran und mache gleichzeitig noch den Traders-Reality-Indikator mit rein. Wenn er laden würde, dann würdet ihr sehen, dass es nicht geladen hat. Sorry, das ist wieder dieser Vorführfaktor. Aber gut, nochmal. Also 4-Stunden-Chart sind wir jetzt. Jetzt machen wir den Traders. Jetzt geht er. So, jetzt 1-Stunden-Chart. Und was ihr dann da auch noch sehen könnt, ist dann hier unten. Wir haben hier unten nochmal eine kleine Vector-Candle, die liegt bei ungefähr 19.200 US-Dollar. Deswegen, momentan, ich bin eher so, momentan eher so in der Richtung 19.400 US-Dollar einen Long-Einstieg zu machen mit einem Stop-Loss. Auf jeden Fall unter der 19k hat den Aspekt wegen eben dieser Vector-Candle. Und die Vector-Candles werden früher oder später immer gerne gefüllt. Und dann den Heap in Richtung 21k. Würde auch mit dem RSI übereinstimmen. Mit hier ist nochmal eine kleine Vector-Candle. Also es wäre schon relativ gut, wenn wir diese Zone nochmal treffen und dann hier eine Long bis mindestens 21k mitnehmen. Wenn nicht sogar 22k. Spricht momentan meines Erachtens einfach relativ viel dafür. So, dann Ethereum. Auch habe ich ja in die Gruppe gestellt, wer überhaupt den Short mitgenommen hat. Auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch. Meiner ist mittlerweile zu auf Stop-Loss-Entry ausgestoppt. Profite wurden aber genommen. Habe ich ja in der Telegram-Gruppe dazu gesagt. By the way, Link unten in der Videobeschreibung. Ansonsten sind wir auch hier knapp an dem Bereich der 1.390 US-Dollar bekommen. Wir haben hier oben nochmal eine kleine Ineffizienz. Die sieht man hier. Das ist dieser gelbe Strich bei 1.415. Die haben wir uns immer noch nicht geholt. Ist aber auf meiner Liste, dass wir uns die noch holen. Auch hier Golden Pocket. Das ist noch von gestern. Ziehen wir es mal aktuell. Liegt momentan bei ungefähr 1.307 bis 1.303. Wäre natürlich das Wunschszenario, genauso wie bei Bitcoin, dass wir hier nochmal runtergehen. Hier ein bisschen konsolidieren. Und dann zumindest im Bereich der 1.415 bis 1.450 aufgrund des Pivots hier oben antesten. Der 200 der SMA liegt hier oben. Der 200 der EMA. Wäre dann schon wieder sehr, sehr viel Confluence, um dann, sage ich mal, die Gegenbewegung nach unten hin eventuell dann auch erst nächste Woche mitzunehmen. Aber das ist ein bisschen zu weit gesprochen. Trotzdem, das sind so die primären Szenarien, die ich momentan im Blick habe. Long bei BTC 19,4 mit einem Stop-Loss knapp unter 19k. Ethereum Long 1307, 1303 wäre eine Möglichkeit, um hier eine Long-Position reinzumachen. Aber dann auch hier 3 bis 4 Prozent auf jeden Fall einplanen mit dem Stop-Loss. Dann XRP ausgebrochen aus diesen, ich sage es mal, wie sagt man dazu, Symmetrical Triangle, wie auch immer. Ich trade das nicht. Schöner Abtrendvolumen nimmt wieder ein bisschen zu. Trotzdem weiterhin eher, deswegen lasse ich diese rote Sache auch hier unten drin. Ich gehe weiterhin davon aus, dass wir nochmal den Bereich um 0,40 auf jeden Fall nochmal sehen. Hier werde ich auf jeden Fall nochmal größere Nachkäufe nachtätigen, nachdem wir hier in der Range monatelang akkumuliert sind. Aber trotzdem sollten wir da nochmal in Retest gehen. Bin ich da auf jeden Fall auf der bullischen Seite. BNB, im Endeffekt auch wenig Bewegung. Wir sind auch hier mit dem RSI relativ weit hoch. Was ich mir aber bei allen Coins nochmal ein bisschen wünschen würde, wäre nochmal ein höheres Hoch. Hat den Aspekt, wir haben hier sehr, sehr viel bei den ganzen Altcoins überall diese Wicks mit sehr, sehr viel Volumen. Nicht nur auf den größeren Timeframes, auch auf den kleineren Timeframes. Wir gehen mal ganz kurz in 15 Minuten, da seht ihr das ganz gut. Hier dieses Hoch wurde mit sehr, sehr viel Volumen gebildet. Hier dann auch nochmal, wo relativ viel Volumen reingekommen ist. Also es wäre wünschenswert nochmal so ein kleineres, höheres Hoch zu bilden, um dann die Kehrtwende nach unten hin zu machen. Aber auch hier gilt, ich shorte das momentan nicht. Short ist mir einfach an solchen Zonen, wo oben drüber kaum noch Widerstände vorhanden sind, ist das Risiko einfach zu hoch. Da warten wir lieber, bis sich richtige Chancen ergeben, so wie jetzt bei Bitcoin und Ethereum, bevor wir hier irgendwie noch ausgestoppt werden. So, dann Blick auf Solana. Auch hier sehr, sehr wenig Bewegung. Klar, wir befinden uns hier in einem kleinen Abtrend. Momentan sieht man ganz gut. Gut, aber für mich auch hier zwei Shortzonen, die extrem, extrem interessant sind. Das ist der Bereich hier um 36, 70 bis 38, 10 US-Dollar. Zwei Ineffizienzen dieser Abverkauf. Hier oben würde dann auch noch das Golden Pocket liegen. Können wir jetzt auch mal ganz kurz noch dazu ziehen, von unserem High zu unserem Low. Seht ihr auch hier bei 35, 60 bis 35, 88 liegt das Golden Pocket. Da drüber noch die Ineffizienz auf jeden Fall im Auge behalten, aber Short momentan jetzt ein Limit Order reinzusetzen, würde ich einfach nicht empfehlen. Soviel dazu jetzt so einen kleinen Überblick. Heute Abend, wie gesagt, 19 Uhr Livestream. Können wir gerne nochmal ein paar Coins ausführlicher auseinandernehmen. Bis dahin noch ganz kurz die News. Bitcoin-Investoren hören trotz Zweifel am Kryptomarkt nicht auf zu akkumulieren. Geht mir genauso. Bei mir läuft einfach die Sparpläne einfach weiter oder ich kaufe mal ein bisschen mehr und kaufe mal ein bisschen weniger. Ich denke, bei euch wird es genauso sein. Wenn nicht, schreibt gerne mal unten in die Kommentare rein, ob momentan eure Sparpläne laufen oder ob ihr einfach noch wartet auf die tiefere Kurse sehen. Bei mir läuft es auf jeden Fall, sage ich mal, einfach weiter. Ja, soviel dazu. Ich würde sagen, das war es für heute. Beziehungsweise heute Abend, wie gesagt, 19 Uhr Livestream. Wenn ihr altkönnen müsst habt, gerne unten in die Kommentare schreiben. Video kommt entweder morgen oder am Samstag dann. Freue ich mich drauf. Bis dahin oder bis heute Abend. Ciao, ciao. Stay crypto. Lasst dem Video ein Like da und abonniert. Ich bin ein Like da und abonniert.